Das gehört mir jetzt auch. Okay, Mr. Krabs. Jetzt kann ich mich in aller Ruhe zurücklehnen und zusehen, wie meine Kunst immer wertvoller wird. Ich bin ein bedeutender Kunstsachverständiger und ich sage Ihnen, diese sogenannte Kunst wird nie irgendetwas wert sein. Hey, wenn Eugene Krabs irgendwas nicht tut, dann mit Geld verlieren. Irgendwas muss ich doch tun können, damit diese Kunst bares Geld wert ist. Ich habe meine Werke alle verkauft. Diese Handvoll Kleingeld macht mich zu einem ernsthaften Künstler. Wer hätte gern das Autogramm eines kreativen Genies? Nun ja, Gemälde werden oftmals deutlich wertvoller, wenn der Künstler nicht mehr unter uns weilt. Sie können sich sicher ein Bild davon machen. Oh ja, das kann ich in der Tat. Mir fällt da auch schon ein Motiv ein. Obacht, hier betritt ein Künstler den Raum. Auch Obacht, hier liefere das aus und zwar rotig. Was, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich bin Künstler und nicht Ihr Handlanger für wie auch immer geartete niedere Tätigkeiten. Oh, seien Sie nicht so nieder zu Taddeus, Mr. Krabs. Ich liefere das aus. Nein, der Herr Taddeus ist doch jetzt ein ernsthafter Künstler. Und ein ernsthafter Künstler kann doch einfach alles, oder? Let's stopp! Halt! Rock Bottom! Rock Bottom! Hey! Hey! Rock Bottom Nummer 237. Da ist es ja! Oh, denkt Herr Taddeus, ein wahrer Künstler umarmt das Unbekannte. Ist hier irgendjemand? Hier ist eine Lieferung von der großen Kappe! Weshalb schreien wir denn so? Wegen den Monstern! Das sind doch keine Monster, das sind meine Freunde. Was geht ab, Spongebob? Eine Lieferung von der großen Kappe. Da, da! An! Ach! Ah! All dieses Rot. Wie geschmacklos dieser Drecksklumpen bräuchte die Hand eines wahren Künstlers. Also, das war ekelerregend. Und wer möchte mit mir über meinen Farbauftrag und meinen Pinselstrich sprechen? Ich habe alles getan, was ich konnte, um dich möglichst unversehrt von hier verschwinden zu lassen. Aber nun wirst du zur Gefahr für mein Bargeld. Renn schnell weg, Thaddeus. Hey, wie wäre es mit ein wenig Unterstützung für deinen Chef? Rennen Sie schnell hinterher, Chef. Nur ein bisschen langsamer als Thaddeus. Ich bitte dich, zerstöre deine Gemälde, bevor Mr. Krabs zurück ist. Nein, ich kann das nicht. Sie sind alle viel zu großartig. Hey, hey, hey. Rühr bloß meine Bilder nicht an, ja? Oh, es tut mir leid, Bilder, aber entweder ihr oder ich. Ja, ja, also das ist wahre Kunst. Was, wirklich? So voller ursprünglicher Leidenschaft und so riskant. Ja, spürt meine Kunst. Lass meine Armbilder in Ruhe, du Monster. Nicht doch. Das war mit Abstand das spannendste Stück Performance-Kunst, das ich je gesehen habe. Ach ja, aber dann ist das doch Millionen wert. Hey, lass den Weg. Ja! 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 Ja!